Hey Freunde Willkommen zu einem neuen Video Ich hab zwar gestern Abend ein Video gemacht Aber da es da schon dunkel war Und ich ja erst nachts quasi Nach Hause kam Ich war ja arbeiten Und Dann kam ich erst nachts hier dann nach Hause Beziehungsweise spät abends Und dann hab ich angefangen Video zu drehen direkt Weil ich will ja Daily Vlogs machen Aber es hat nicht so gut funktioniert Weil es dann dunkel war auf der Aufnahme Aha, warte mal Mir fällt gerade mal was ein Kaugummi raus Den Fehler mach ich nicht nochmal Alter, der geht an wie eine Eins Die Nachbarn Warten wie immer bis 45 oder 50 Grad Ich habe mir jetzt eine Polini Sport Vario geholt Und wahrscheinlich den 70 Kubik Den werde ich jetzt wahrscheinlich haben Nur Ich bin mir noch nicht sicher Ob ich den jetzt auf Oriwelle fahren soll Oder nicht Aber es ist halt ein bisschen riskant Auf Oriwelle Naja gut Also erstmal werde ich den auf Oriwelle fahren Den 70er Es ist so kalt Ich muss meine Jagdkarten ziehen Es ist gottlos kalt Link nochmal eben rechts Fahren wir mal hier ran Alter ein Pferd Digger und sowas Deswegen muss ich Standgas leider abdrehen Das ist eigentlich übel dumme Junge Boah das fackt auch ab Mich fackt auch so viele Sachen ab Das glaubt ihr nicht Gut weiter geht's Jak hab ich an Das zieht ja irgendwie gar nicht Ich weiß gar nicht warum Zieht absolut nicht Der Roller ist irgendwie im Arsch Ja also ich weiß jetzt nicht ob ich mir den 70 Kubik jetzt holen soll Beziehungsweise Ich ist schon eigentlich sicher Dass ich mir den hole Aber Ob ich den auf Oriwelle fahren soll Und welche Vario-Matic und sowas Ich muss Also was sicher ist Ich bestelle mir heute Abend die Polini Speed Control Oder mal Lossi Multivar Ich hab da schon welche gefunden Das ist guter Attack Und Also ein gutes Angebot habe ich da gefunden Nur ich muss dann erstmal abstimmen Digga Ich muss neue Gegendruckfehler Neue Neue Kupplungsfedern Man muss alles neu Digga Weil der Der Roller fackt mich im Moment ab Oh Gott Das ist mir hingefallen So scheiße Junge Hab ich sich verletzt Ja okay Die lachen beide Ist alles gut Lieber nochmal hinschauen Bevor Bevor nachher was Schlimmes ist Oder irgendwie so Fuck Da lag ein Mülltonn im Gras Digga Guck Das ist Vollgas Digga Und der zieht gar nicht Jetzt erst Ja wie gesagt Sorry dass gestern kein Video kam Das war echt Erstmal habe ich Wo ich die Aufnahme gestoppt habe Ist mir aufgefallen Es klebten drei Mücken auf der Linse Dann hättet ihr die ganze Zeit nur So ein Mückendinger gesehen Dazu kann die GoPro nicht in der Dunkelheit sehr gut aufnehmen Deswegen hätte es sich auch einfach nicht gelohnt Da jetzt Sich zwei Stunden noch Zeit zu nehmen Ey ich muss wirklich Guck mal Ich mach 5 Gramm Variogewichte in meinen Roller rein Der dreht überhaupt nicht hoch Der kommt nicht aus dem Quark Digga Ab 60 ist Ende Dann kommt der nicht mehr weiter Weil zu niedrigere Drehzahl Ich mach 4,5 rein Ab 60 dreht der viel zu hoch Digga das ist ein 0,5 Gramm Unterschied Das muss an was anderem liegen Gewichte habe ich schon Gut abgestimmt Jetzt 4 Gramm ist ok Jetzt bei 70 ist Ende Komischerweise war Ich weiß nicht Ich hab den Roller jetzt Seit Februar Und hatte da die 4 Gramm Gewichte rein gemacht Der lief top Immer gute 90, 95 Was weiß ich Und Und jetzt ganz plötzlich Fährt er nur noch 70 Immer mit der Zeit Immer ein bisschen langsamer Dann dachte ich halt Ja gut weil die Gewichte abgenutzt sind Aber nee Bruder Ich hab neue 4 Gramm Gewichte drin Nichts Nichts ist da passiert Riecht nach Mayo Da ist nichts passiert Von der Geschwindigkeit her Und Jetzt hoffe ich einfach Dass wenn ich andere Gegendruckfedern mach Bei der Kuppel Oder neu Ganz neu Wandler Oder was weiß ich Dann Dass er dann besser läuft Aber wenn nicht Digga Dann Bin ich schon am überlegen Ob ich den Verkauf den Roller Weil der bereitet mir Im Moment nur Probleme Mit der Abstimmerei da Weiß ich kauf Düsen Sets Hab vergessen Dass ich 54er Düse hab Und nicht 74er Und hab Düsen Set bestellt Digga von 70 bis 94 Weil ich hatte ja Vergaser offen Und dann Hab ich vergessen Dass da 54er drin war Digga Und dann bestell ich So Düsen Set Digga viel zu groß Konnt ich direkt 16 Euro Wieder in Müll Digga Düsen Set Kann man ja nicht Zurückschicken Ja Wie gesagt No Probleme mit dem Roller Ich will jetzt erstmal gucken Also wenn ich jetzt Wenn ich das gut hinbekomme Jetzt mit der Gegendruckfeder Dann Dann baller ich da 70 Kubik rein Und was weiß ich Also das nächste Was jetzt ansteht Ist erstmal eine Speed Control Oder ein Ball aus dem Multivar Sportwariumatik Sportkairiem hab ich ja schon Ich fahr mal geradeaus Bin ich schon lange nicht mehr Sportkairiem hab ich ja schon Dann will ich jetzt mit Gegendruckfedern einmal gucken Einmal mit Kupplungsfedern Mit den kleinen Ich hab noch rote da Aber Ich glaube ich probiere jetzt erstmal Mit den normalen Ich hab ja jetzt gerade Eine Naraku Sportwarium drin Die macht aber nicht so viel Also die ist nicht so gut Ich probiere jetzt erstmal 5 Gramm Gewichte Und dann einfach so Die roten Gegendruckfedern Von Naraku halt Und dann gucke ich Ob der damit besser läuft Ansonsten Probiere ich neue Neue Sportwarium Oder halt anderes Zeugs Keine Ahnung Jetzt dreht der schon ab 65 hoch Was ist das Das wird immer schlimmer Das ist komisch 65 dreht Es ist irgendwas kaputt Es geht immer weiter kaputt Ich weiß nicht was es ist Aber es geht weiter kaputt Es geht immer weiter Ich hab Fuck man Ich hab keine Ahnung was das sein kann Wenn sich Leute auskennen Dann schreibt mal in die Kommentare Was das sein kann Bruder ich hab echt keine Ahnung Und wenn das Wenn das immer so weiter kriegt Ich krieg's nicht hin Dann verkaufe ich den Roller Digga Und fahr erstmal Arpe weiter Bis ich irgendwann Einen neuen Roller Oder sowas gefunden hab Ich würd sagen Ich bestell mir heute Einfach mal 5 Gramm Gewichte Oder so Und dann schau ich Wie das läuft Haben die gerade meinen Namen Gerufen Digga Ich hab Alter Junge Ich seh doch schon kaum Die werden mich anmotzen Keiner gemotzt Aber die hat Mit dem Finger auf mich gezeigt Digga Das heißt Die wollte motzen Digga Ganz safe Ich werd da gleich Noch mal vorbeifahren So ein Ding ist das Eine Runde durch Video fahren Und dann Fahr ich da gleich Noch mal vorbei Digga Und wenn die mich dann Anmotzt Dann werd ich aber sauer Ich hab nämlich Heute einen schlechten Tag 9 Stunden Schule Digga Ich komm grad eben Von der Schule gefühlt Also ich bin Vor einer halben Stunde Bin ich nach Hause gekommen Ja ich glaub das mach ich Also ich bestell jetzt Erstmal 5 Gramm Gewichte Hau die rein Und wenn das nix bringt Junge dann Wenn ich sauer So jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen Ich fahr da jetzt Noch mal vorbei Bei diesen Leuten Weil ich glaube Dass sie mit dem Finger So auf mich gezeigt hat Und dann schau ich Ob die mich anmotzt Wenn das der Fall ist Dann bin ich sauer Weil wie gesagt Ich hab heute einen schlechten Tag Und dann sollte man mich Nicht grundlos anmeckern Weil erstens Auf so Landstraßen Ist ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung Äh glaube ich Oder halt wenn dann Kann auch 50 Aber ich bin ja Ich fahr ja nicht mit 50 Da irgendwie lang Deswegen Guck ich schweiz Ich fahr jetzt 50 Ich fahr jetzt 50 Wenn die da irgendwas sagen Junge dann Klatsche ich den ein Junge Drei Backpfeifen So ein Ding ist das Ja rechts Gut Ich würde sagen Das war es erstmal Mit dem Video Wie gesagt Ich bestell jetzt Gewichte Und dann schaue ich Was ich noch machen kann Wenn ich die reinmache Und das wird nicht besser Mit der Geschwindigkeit Dann weiß ich echt nicht Dann probiere ich das noch Mit einer anderen Sport Vario Vielleicht ist meine Vario Einfach nur durch Obwohl die erst ein Jahr alt ist Oder so Hat der erst Keine Ahnung 6000 Kilometer Hat die erst runter Ja Dann würde ich sagen Probieren wir es mal Mit den 5 Gramm Gewichten Und dann sehen wir uns Im nächsten Video Wieder Bis denne